Ah, du bist gerade im Kampf. Siehst du das? Ja. Ich stehe genau vor dir. Oh, ein goldenes Hut-Hut. Echt? Ja. Okay, dann habe ich... Oh, scheiße. Das war jetzt peinlich. Ja, so ein bisschen. Oh, fuck. Ja, setz dein Heuler ein. Das ist mir doch egal. Oh, der sitzt ja hier nur Heuler ein, um einen Angriff zu senken. Okay, dann ist es doch nicht ganz so cool. What it missed. Alter, der zieht ja richtig heftig was ab. Das sind halt die scheiß Stats. Ich merke das schon. Ich wechsle jetzt auf jeden Fall mal das Pokémon. Ich habe keinen Bock, dass es jetzt schon wieder stirbt. Wenn das Pokémon K.O. ist, da sieht man auch, dass dann das Feld des besten Pokémon hat grau ist. Das ist auch voll cool gemacht. Also, das passt sich alles in Farben an. Ja, also das ist eigentlich schon nicht mal schlecht gemacht, finde ich. Dass du es auch wirklich gleich so übersichtlich hast. Ja, weil viele machen ja in ihrem Pokémon Let's Place immer noch so eine Leiste, wer ist jetzt alles im Team und so weiter. Ja, und da hast du es gleich. Boah, das muss ich dann echt bald ändern. Mit den Trainer-Card. Da kann ich gar nicht gescheit rennen. Naja, also ich habe das bei mir alles sehr schön eingeschätzt von der Steuerung. Bei mir ist es gerade voll entspannt. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Aufnahmetaste genau neben meiner Rechts-Taste. Einer Rechts-G-Taste. Oh, echt? Eben bei der ersten Part, wenn ich einmal schon ganz kurz drauf komme, habe es aber sofort gesehen, nach zwei Sekunden habe es dann auch wieder angemacht. Oh, ein wildes Mewtwo. Oh, scheiße, als ob. Oh, man, nee. Herr Klapp, das wäre auch fast um mich. Wusstest du eigentlich, dass, also das wissen die, fast die wenigsten, die, wo sich mit Pokémon eigentlich auch so rumtun, also die, wo auch wirklich Fans davon sind, wusstest du, dass eventuell Ditto von Mewo-Abstand, also das sollte ein, das, sag mal mal, war nämlich das ein Missgebot geworden, also das, ne, ja, also, klingt hart, aber ich weiß, was du meinst, ja, ja. Und das ist halt das, was ich halt, ähm, glaubst, glaubst du, das stimmt? Also es ist eine Gen-Must-Taste. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, sage ich mal. Also, Indizien zeigen es ja an, also, Ditto und Newtiny 1, 6. Punkt und die, wo Wandler können, haben die gleichen Farben, können und können sich halt auch verwandeln. Also es könnte eventuell was dran sein, aber laut Nintendo hat sich da noch nichts bestätigt, Wird sich, denke ich, auch nie was bestätigen, aber klar, Ähnlichkeiten sind da, aber man muss dazu sagen, ähm, Mewo ist halt auch wirklich das Pokémon, was auch alle attacken kann. Ja, das ist ja wirklich das einzige Pokémon, was wirklich alle attacken lernen kann. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also von daher, äh, kann man das so gesehen doch ein bisschen wieder ausschließen, beziehungsweise entkräften. Oh, mit meinen Superkräften. Ja, ich bin Iron Man. Super, sei er, schon, war. Okay, jetzt muss ich aber kurz nochmal das machen mit dem Rennen. Tschüss, Dave. Tschüssi. Du bist gerade schön an mir vorbeigerannt. Juuu. Ich komme hier nicht weit, ich merke das schon, ich gehe ins Gras und gleich der erste Kampf wieder. Und ich vergesse jedes Mal nach dem Kampf die Attacken umzulegen. Es ist immer so nervig. Ich bin wirklich immer so ein Mensch, der die ganze Zeit immer nur Button-Smashing hier draufhaut und immer die eine Attacke raushaut, die hier etwas abzieht. Na, aber ich denke mal, ich werde mir jetzt auch mal ein paar Tränke holen. Ja, okay, wenn ich es mir leisten kann. Naja, du hast ja nur 80 Dollar, nehme ich an. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann mir das leisten. Kannst du eh nicht. Weil dann würde das schon ein bisschen teuer sein, ne? Ja, eben, weil du hast gar kein Startkapital. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt werde ich auch mal hier die Attacke verändern. Das war hier, genau. So, alles klar. Also bisher gefällt mir das Spiel sehr. Kann ich wirklich nur so unterschreiben. Also ich bin auch positiv überrascht bei dem Spiel. Also Leute, das Spiel spielen wir jetzt zum ersten Mal. Also man kann sagen, das ist blind, aber man kann auch wieder sagen, das ist nicht blind, weil man selber die Edition ja durch hatte. Richtig. Aber wiederum, es gibt auch jetzt halt 120 neue Pokémon hier drin. Die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Ich persönlich schon, also ich habe mich da schon ein bisschen mehr verfasst. Ja, heißt, da bist du in dem Punkt schon ein bisschen besser vorbereitet als ich. Also wenn du mir jetzt mit irgendeinem Pokémon von der neuen Generation ankommst, ich würde da wahrscheinlich mit ein... Sagen wir mal, das ist ein Gestein-Pokémon, sieht aber kein Stück aus wie ein Gestein. Ich würde da trotzdem mit Elektro-Attacken draufhauen. Kennst du das? Ne, gar nicht. Mit so einer hohen Nase? Ich kenne nicht mal die Starter-Pokémon von der dritten Generation. Ich weiß nur, das eine des Dinges sieht aus, ein bisschen wie ein Frosch oder sowas. Ja, also der Froschkönig. Und das war's. Ich kann es dir nennen, wenn es dir willst. Flemley, willst du mich fach? Ja, Flemley, genau. Flemley, sag mir noch was. Hydro-Thing, Gag-Abor. Gag-Abor, glaube ich, war dieser Frosch, ja. Gag-Abor, Gag-Abor, so macht er. Ja, es war der Frosch. Oh, oh. Hust, hust. Oh, hust. So, mit meinem Trainieren geht das hier doch ein bisschen schlecht voran, merke ich gerade mal. Naja, also ich bin jetzt gerade im Fatania-Wald. Ich auch, werde jetzt aber gleich wieder zurückgehen zu Fatania City nur um mich so heim, weil ich keine Tränke habe. Oh, ja, das ist halt immer, das, ich finde das irgendwie nicht gut gemacht, dass man da nicht genügend Geld bekommt, dass man sich so ein Kapital... Aber es kann ja sein, äh, ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, dass man sich vielleicht auch das Geld gegenseitig austauschen kann. Weil wenn ja, dann wäre es natürlich, äh, leicht zu schicken mit dem Geld. Ja, mach's jetzt ständig neue Accounts, gehst mit beiden online, mit zwei Laptops zum Beispiel, mit zwei PCs, und gibt's ja immer wieder Geld, Geld, Geld. Gib mir da Geld, aber ich bin doch du, Mann, ist mir wurscht, gib mir dein Scheiß-Geld. Ich bin der Buhmann. Ah, 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 okay, war schlecht. So, ich hoffe, ich komme bei mir nicht leise drüber. Also bei mir bist du auf jeden Fall von der Lautstärke her in Ordnung, das kann ich dir schon mal sagen. Ich habe ja extra alles angepasst. Ich bin ja ein guter Let's Player. Oh Gott. Ja, und? Das ist jetzt damit zu heißen, nur weil du die Lautstärken richtig einstellen kannst, bedeutet das nicht, dass du gut bist. Und weil du meine Stimme verstellen kannst. Oh ja, und zwar so sexy, dass jeder meint, du kommst, du bist Brad Pitt oder so. Oh, ja. Brad Pitt lächelt auch nicht schöner. Nee, Josh Clooney lächelt auch nicht schöner. Bauer sucht Frau. Die Werbeplakate bei uns in den Straßenbahnen heitestippt immer. Was heißt, man lächelt auch nicht schöner. Was heißt, na oh no. Warte, bitte auf. Jetzt ist Kajkschokka englisch mehr. An, jetzt wird es geworfen. Aber Pokébälle, wenn du die Wirfs auf die Pokémon, das sieht irgendwie ganz komisch aus, mit dem Wackeln, ja? Ist sie auch schon aufgefallen? So. Genau, so ein bisschen abspaßtisch, genau. So, aber jetzt steigt gleich mein neues Pokémon an, wieder mal ein Level. Und zwar genau jetzt. Oh ja. Das tut gut. Und da kommt vielleicht das nächste. Bah, ich hab mich noch nicht mal bewegt. Ich überlege gerade, bei Feuerrot gab es da auch einen Pikachu? Könnte sein. Hust, Hust. Könnte sein, Hust, Hust. Ja, es könnte auch sein, dass es am Anfang neben Schwester Joy ein Mewtwo gibt. Das kann auch sein. Habe ich auch schon mal was von gehört. Ja, ich auch übrigens. Ich habe sogar gehört, dass Schwester Joy die Pokémon penetriert. Ernsthaft? Das habe ich gar nicht gesehen, was ich jetzt eingesammelt habe, verdammt. Ach, ich habe eine Potion eingesammelt. Ach, sehr schön. Potion. Minecraft sind wir jetzt hier auch schon wieder, oder was? Oh ja, vor allem Minecraft. Ich lege das hier mal ein bisschen anders. Ich will das Pokémon wechseln. Hallo, geh jetzt. Ich bin jetzt auf der Route 1. Schon wieder? Ja. Ich muss gerade einen Pokémon trainieren, was ich neu gefangen habe nochmal. Nochmal neu? Ich merke auch, dass die Attacken verrutscht sind. Okay. Ich habe die Spieler. Wie gesagt, du kannst die Attacken austauschen. Mit Select, also normalerweise mit Select, wenn man halt zum Beispiel eine Pokémon kommt. Ja, normalerweise, aber hier machst du es anders. Du musst recht klick bei deinen Party-Pokémon machen. Nein, geh halt rüber zu den Attacken. Da kannst du dann diese Pfeile hoch und runter drücken. Genau so kannst du dann die Attacken auswechseln. Ah, okay. Okay, es gibt ja anscheinend Shiny Pokémon. Wenn ich da links in Chat lese, hat jemanden Shiny Pitgay? Pitgay, das ist, glaube ich, ein Raupi, oder? Pitgay, das ist ein Taupsi. Ja. Oder? Kokomod und ich habe ja eigentlich schon so viele... Topsi ist... Pitgay, genau, Topsi war Pitgay. Hey, du Pitgay, du. Du bist voll gay. Brad Pitt. Ey, wenn du bist, Brad Pitt, gay. ich werde das wenn jemand zu mir sagt Ey du Depp dann sag ich bitte Johnny Depp so ich mache jetzt meinen ersten Trainerkampf gegen den Kielversammler also ein ganz normaler Trainer im Netanyerwald Da bin ich mal gespannt wie du dich schlagen wirst Ja also Mit deinen zwei Raupis. Ja, mit Raupis, Taupsis. Reimt sich ja alles so schön. Mit denen besiege ich natürlich ja jeden. Natürlich, warum auch nicht, ne? Dazu noch vielleicht noch ein Visasamen und noch vielleicht noch ein Chigi und ein Blurak noch dazu. Ich schaue dann gleich einmal, ob ich vielleicht auch irgendwie sink, also beim Pokédex, wo die Fanggebiete sind. Aber da gibt es das, glaube ich, nicht. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde, du wirst nicht gefragt, ob du das Pokémon Austauschung willst, wenn der Gegner das nächste setzt. Echt? Also, was war es bei mir jetzt gerade so? Ich sehe auch gerade beim Pokédex, man weiß jetzt, was für ein Pokémon bei wessen Level eine Attacke erlernen wird. Ernsthaft, ja? Ja, bei Moves. Okay. So. Das ist mir neu. Ich gucke jetzt gleich mal nach. Äh, äh, was do you wish do you wish no? Und die, die einen Meisterball auf dem Kopf haben, die werden, glaube ich, Trainerkämpfe machen gerade. Also, so Online-Matches. Weißt du, was ich eigentlich hätte machen sollen? Ich hätte mir einen Raupi fangen müssen, das hätte ich Penis genannt. Und wenn es dann zu Saftkorn wird, dann lernt es doch gleich die Attacke Härtner. Und Härtner heißt ja auf Englisch Harder. Oder Harden oder Harder. Doch, Harder. Oh Gott. Penis lernt Harder. Du, 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 du. Ah, ich seh dich. Hallo. Hallöchen. Na, du? Na? Ach ja, ich wollte mal kurz gucken, wegen Pokédex. Äh, wegen den Attacken. Wo steht denn da? Ah, sie hier Moves. Genau. Hey, das ist ja echt cool gemacht. Ja, also, die Leute haben sich da wirklich was gedacht anscheinend. Aber du siehst hier leider nicht, wo du es fangen kannst. Ja, das ist halt das. Naja. Ist aber nicht so schlimm. Nee, also, wenn da das schon gibt. Hm? Da haben sie halt was Negatives gemacht, aber dann haben sie halt wieder was Positives dran geändert. Richtig. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen schwer, gerade weil es ja hier mehrere Editionen gibt, glaube ich, die man spielen kann. Ja. Äh, von daher. So. Oh, hier ist doch der nächste Trainerkampf. Oh, da ist man. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Geld ich bekommen habe. Kann ich ja eigentlich nebenbei gucken, oder? Ja, kann ich sogar. Ich habe 152 Dollar. Hä? Oh, und da sehe ich nochmal ein cooles, wildes Pokémon. Ein Kakuna. Haha, geil. Okay. Das heißt Kakuna. Lustige Geschichte. Ich war gestern bei meiner Freundin, da war es arschkalt. Ich da nur in Boxershorts auf dem Bett gelegen. Was mache ich? Ich hau mir die Decke über den ganzen Körper und ruf so, Kokuna, Kokuna. Ich weiß ja, warum das? Ich hatte Langeweile. Achso. Oh, Critical Hit. Mach meine Mutter auch immer. Oh. Mein Pokémon ist vergiftet. What? Oh mein Gott. Ja, guck mal, wo du ein kleines Baby warst, beziehungsweise ein kleines Embryo, hast du bestimmt im Magen deiner Mom auch immer gesagt, Kokuna, Kokuna. Kokuna. Du hast ja auch einen kleinen Schutz um dich. Was findest du besser, Kokuna oder Saftkorn? Saftkorn. Saftkorn? Warum? Ich weiß nicht. Allgemein, Raupen sind schöner als so eine, die haben keine Stachel und so weiter. Ja, okay. Ja, egal, ich weiß, dass ich meine, von den Entwicklungen her finde ich das doch schöner. Ja, stimmt, Smetpo. Ja, eben, aber Kokuna sieht geil aus. Das muss man Kokuna lassen. Ja, das stimmt, also. Ne, das muss man nicht Kokuna lassen, das muss man Nintendo lassen. Mensch, immer auf die Pokémon spezialisieren hier. Kokuna, äh, Jusha. Bei mir kommt das dritte Mal hintereinander Kokuna. Hoppala. Ich bin hier gerade im Trainerkampf, deswegen. So, und damit habe ich den nächsten Kampf gewonnen, würde ich sagen, oder? Tail Whip ist, glaube ich, Ruckzuckieber, oder? Tail Whip? Nee, das ist, glaube ich, Routenschlag. Meinst du? Ich will gar nicht einschätzen. Heißt ja Schwanz. Oh, hey, du, ey, die. Schwanz? Was hast du gegen Schwänze? Schwanz klatschen, ne? Nein, okay, nein. Ja, komm, ich habe schon Penis gesagt. Jetzt habe ich Schwanz gesagt, na und? Ja, okay, stimmt. Ein männliches Glied heißt das. Ein männliches Glied, oh. Ordnungsmäßig, natürlich. Haben sich eigentlich die Trainer auch geändert? Ey, ich begegne dich kennen. Trainer sind gleich. Du musst die aber ansprechen, damit sie dich herausfordern. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ey, der Kampf könnte man echt voll durchwaschen. Ja. Aber ich glaube, mein... Okay, ich... Mein Pokémon, wenn das... Das ist ja ein bisschen schade gemacht. Wenn dein Pokémon vergiftet ist nach dem Kampf, verliert es nicht durch jeden Schritt ein Leben. Nett? Ne. Es bleibt trotzdem bei den KP. Okay, es ist zum Beispiel mein Pokémon hat jetzt noch 4 KP. Es vergiftet. Ich renne jetzt hier gerade ganz gemütlich zum Pokémon Center, ohne dass es was passiert. Okay, es liebt immer... Find ich lustig. Oh, ständig stehen immer irgendwelche Leute im Weg. So schlimm. Aber ich hätte irgendwie besseres zu tun, als die ganze Zeit in Bertania City im Wasser rumzuhängen. Also ich schaue... Manchmal ist es immer in den Chat rein, als wenn ich dann Kampf bin und da einfach nur die Attacken mache. Da steht, was enjoy, have a brave kackenäher. Oh, man kann wirklich hier auf das Boxsystem auch zugreifen und dann die Pokémon auch wirklich austauschen. Das ist gut. Ich habe schon gedacht, man kann hier nicht austauschen. Weil wir ja an den Anfangs-PC in deinem eigenen Schlafzimmer kam es ja nicht ran. Ja, du kannst doch keine Items lagern. Ich denke mal, die Items-Begrenzung ist hier unendlich dann. Boah, das wäre cool. Ja, weil du kannst nämlich nicht auf Items zugreifen, also Itemboxen. Leute, hört ihr das? Warte mal. Das ist die Höhenmusik von... Die Arena-Kämpfe, ne? Da muss man zuhören. Aus der dritten Generation, das sind die Höhenkampf-Sounds. Das ist ja mal geil gemacht. Okay. Wo Gott sei denn, bis ich schon bei Arena-Kämpfen oder was? Ja. Ernst, ob ich schon beim ersten Arena-Kampf? Ach so, nein, ich meine, Arena-Kampf. Entschuldigung. Ich habe mich schon gewundert. Nein. Oder was? Bin ich so schlecht oder was? Nein. Nein. Obwohl doch ein bisschen. Vielleicht bin ich nur ein bisschen zu gut, ne? Ja. Du hast ja schon ein Pokémon Let's Play. Ich nicht. Das ist jetzt gerade mein erstes Pokémon Let's Play. Eigentlich wollte ich ja sowas nie machen, weil ich sowas auf Dauer doch ziemlich langweilig finden könnte für die Zuschauer. Ja, das stimmt auch, aber das ist was Neues, oder? Naja, gerade wegen den Together, weil hier ja noch mehr Leute rumrennen und so weiter. Hallo! Hey Hans, servus, wie war dein Tag? Hey, ich kam Hornio. Ja und? Ich hab sogar zwei. Aber das wäre echt cool, wenn man zum Beispiel so einen Helden aufgesetzt bekommt und dann virtuell mit anderen Leuten interagieren kann und in die selbstprogrammierte Pokémon-Welt gehen kann und dann so den Leuten sogar auf die Schnauze und können, wenn sie dir ständig irgendwelche Duellen-Fragen schicken. Hausherber auf die Schnauze, hier, jetzt lässt es mich in Ruhe. Wenn man auf einmal trifft dann zum Mitglied, ne? So, was mitgesagt. Oh, doch nicht. Ach, komm schon, komm schon, nicht sterben. Also das ist auch nur Level 5, war den Klima doch locker weg, Mensch. Ah, das habe ich schon gemeint. Ich habe es halt gemeint, weil bei mir das vergiftete, das vergiftete Symbol weg war von einem Pokémon, dass ich weicher Portions eingesetzt, also trank, das ist dann eventuell auch dabei weggehe, aber ich sehe gerade bei Party, dass man Pokémon immer noch das Symbol, da hat aber ein Trainer im Kampfnet. Du, Dave, ich habe gerade überlegt, wir haben es gerade zu 13 Minuten, wie sieht es bei dir aus? Ähm, mit? Ja, ich habe gerade nur noch einen Kampf und danach immer so gesehen, sagen, okay, die Aufnahme ist schon so gesehen für die Leute heute vorbei, aber morgen sehen sie dann wieder mehr. Natürlich, warum nicht? Ja, da will ich nämlich jetzt ganz kurz mal Pokémon wechseln, was auf jeden Fall schon, ja, doppelt so stark ist, vom Level her, um den mal schnell fertig zu machen. Ich bin noch gerade mittendrin, mit einem Wheatley, Hornio natürlich, oh Gott. Ja, ich mache jetzt auch gerade einen Wheatley kaputt. Welches Level? Level 4 habe ich jetzt gerade mal fertig gemacht. Bei mir level 7, ey.